Richtig eklig, tausend Spinnenweben hier. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videovlog. Wie ihr sehen könnt, in einer ganz anderen Kulisse heute, ja, ich bin, ja, wo bin ich denn? Ich bin bei David im Keller und ihr hört das wahrscheinlich schon am Schall. Und wo ich diesen Keller, den habe ich erst vor zwei, drei Wochen gesehen gehabt. Da habe ich so, David, boah, der ist ja voll groß. Der ist also relativ groß, der hat jetzt ungefähr eine Breite, glaube ich, von dreieinhalb Metern mal, ja, man kann auch sagen, vier Meter, dreieinhalb Meter ungefähr. Und das ist ein ziemlich, ziemlich großer Keller. Und ich hätte mich damals wirklich riesig über so einen Kellerraum gefreut. Wahrscheinlich wäre das dann auch meine YouTube-Werkstatt gewesen, ich weiß es nicht. Ich hatte ja damals einen Keller gehabt von zweimal zwei Meter. Übrigens für alle Neulinge hier herzlich willkommen. Das ist hier mein Zweitkanal, die Holzkiste. Das ist einfach so ein Vlog-Kanal, so ein Sabbel-Kanal, mein Hauptkanal. Da findet ihr wirklich die richtigen Projekte. Den werde ich euch mal hier oben verlinken. Könnt ihr bei Bedarf mal vor Speich schauen oder vielleicht habt ihr den sogar schon abonniert. Ja, warum drehe ich heute diesen Vlog? Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, in der letzten Zeit kamen wirklich, ja, sehr, sehr wenige Vlogs auf meinen Zweitkanal hier online. Unter anderem auch mal ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht so wirklich mit dem Bauen zu tun gehabt haben. Und das lag einfach daran, ich hatte im Sommer angefangen, habe mit David die große Möbelserie für seine erste eigene Wohnung. Darüber gibt es auch eine Playlist. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe dort, ja, wirklich den ganzen Sommer verbracht, um David seine Möbel zu bauen. Beispielsweise ist das ein TV-Zeitboard. Das baut man nicht so einfach mal eben am Wochenende, sondern da brauchst du drei Wochenenden für. Und deswegen kamen hier auf diesem Zweitkanal so wenig Videos zustande. Des Weiteren musste ich natürlich auch noch für meinen Hauptkanal Videos produzieren. Oder darf, muss, muss ich ja gar nichts. Aber das Ganze so ein bisschen, ja, das hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Und deswegen gab es hier auf diesem Kanal weniger Videos. Aber warum, weshalb wir heute hier sind in diesem Kellerraum? Also, ich möchte, also ich bereite gerade das nächste Projekt hier vor. Ich möchte mit David zusammen eine Werkbank bauen. Und zwar gab es ja mal ein Video von mir, wie ich so eine Werkbank gebaut habe unter 100 Euro. Und da haben viele von euch gesagt, dieses Projekt, das ist gar nicht realisierbar unter 100 Euro. Das geht gar nicht bei den Maschinen, die du hast. Ja, es ist klar, ich habe Maschinen im Wert von ein paar tausend Euro. Aber ich achte immer darauf, dass sie das Ganze auch nachbauen können. Beziehungsweise ich erwähne dann auch immer Alternativen im Video. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, dass es doch möglich ist, so eine Werkbank zu bauen. Und David, eigentlich wollte er jetzt hier mitmachen, aber wahrscheinlich kennt ihr das. Brüder halt, die sagen was und dann halten sie es nicht ein. Der liegt jetzt oben und schläft. Naja, soll er schlafen? Ich drehe, also mir ist die Zeit einfach zu schade. Deswegen dachte ich so schnell, drehst du halt mal einen Vlog. Und zeigst euch so ein bisschen mal hier, was so abgeht. Was einfach mal so nebenbei hier passiert. Und ja, in der Zwischenzeit, wo David schläft, baue ich mir hier so ein paar Lampen auf. Weil das Kellerlicht ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und deswegen muss ich hier so ein bisschen nachhelfen mit Licht. Auf jeden Fall will ich da mit David eine Werkbank nachbauen. Und diese Werkbank wollen wir mit einem Akkuschrauber, mit einem Bit, ein paar Bohrer und einer Handsäge, will er die nachbauen. Ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Also das kann wirklich jeder dann nachbauen. Und meine Werkbank, die ich gebaut habe für 100 Euro, die will ich jetzt nicht nochmal exakt nachbauen, weil die ist halt ein bisschen schwer. Und David möchte halt was haben, wo er mal irgendwas ablegen kann, wo er mal was ablegen kann, was halt nicht so schwer ist. Und wenn er mal aussieht, dass er das halt auch transportieren kann. Und so eine große Werkbank, die ich gebaut habe, die ist doch schon etwas schwer. Und deswegen bauen wir diese exakt nicht nochmal nach. Aber ihr könnt die wirklich mit Handwerkzeugen nachbauen. So, wir verwenden jetzt hier zum Beispiel eine japanische Zugsäge, ein 90 Grad Winkel, ein Bleistift, einen Akkuschrauber, einen Exzenterschleifer oder Multischleifer. Den müsst ihr nicht verwenden. David sagte aber, er möchte das Holz schön glatt haben. Deswegen habe ich dir mitgebracht, ein Bit-Set, ein Maßband, eine Lade, um das Ganze auf 90 Grad exakt zuzuschneiden. Müssen wir mal gucken, ob wir die überhaupt brauchen. Ein paar Metallwinkel, damit wir das Holz verbinden können. Ganz simpel. Und natürlich ein paar Schrauben. Einmal habe ich hier 80er und hier habe ich 30er. Und als Material habe ich jetzt hier eine alte Eichenplatte mir besorgt. Die hat ungefähr 30 Millimeter, ist sie stark, von der Tiefe her 50 oder 40 und Länge 21. Und als Untergestell nehmen wir einfach hier Dachlern, typisch, was haben die denn hier für Maß. 38 x 58 x 2 Meter, davon haben wir 8 Stück insgesamt. Ja, und das wird dann das Untergestell. Und die sind natürlich sägerau, die wird David danach noch schleifen. Soll er machen. Ja, und das Video kommt dann auf meinen Hauptkanal online. Und ich bin jetzt erstmal soweit fertig mit dem Aufbau. Und ich werde gleich David runterholen. Und dann soll er mal hier ordentlich loslegen. Und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal meine Werkstatt an. Dort hat sich nämlich auch so ein bisschen was getan. Ich habe nämlich das Garagentor gedämmt. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das ist ja hier eine größere Garage. Und meine Freundin sagt immer, ja, geh in deine Garage. Die sagt nicht Werkstatt, sondern Garage. Nee, das sagen mehrere Leute zu mir immer. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich habe jetzt dieses Garagentor einfach gedämmt. Das wollte ich schon letztes Jahr machen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich hatte überlegt gehabt, ob ich so spezielle Matten nehme, die so beschichtet sind und so weiter und so fort. Aber wie immer mein Spruch, das ist hier ein Mietobjekt und ich will hier nicht so viel Geld investieren. Deswegen habe ich mir einfach so ein paar Styroporplatten besorgt mit Silikon rangeklebt. Silikon kann ich wieder von diesem Metall später entfernen. Und ich kann das wieder so rückstandslos hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Ich denke, das sind jetzt 30 mm Styroporplatten. Und ich habe ja auch einen Thermometer hier bei mir. Aktuell haben wir jetzt hier 13 Grad, obwohl die Heizung aus ist. Ich glaube, draußen sind es vielleicht, ich weiß es nicht, 5 Grad, 7 Grad. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob das Ganze, was ich hier gemacht habe, ob das was bringt. Aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus. Und dann habe ich hier in meinem zweiten Raum, der Akku ist noch voll. Ich bin jetzt so dumm, so einen Akku rauszuziehen. So, den muss ich noch mitnehmen. Dann habe ich in meinem zweiten Raum, ihr habt es wahrscheinlich gesehen auf meinem Instagram-Account, da habe ich jetzt die Werkbank gekürzt. Da gab es auch viele Diskussionen, Thema Werkbank. Da habe ich nämlich die Werkbank zu Ende gestellt und da meinten die viele, so eine Alu-Platte, die kostet doch schon viel mehr als dieser ganze Tisch. Die Alu-Platte, ich habe gesagt, ihr könnt eine Alu-Platte draufsetzen. Die hat eigentlich nichts mit diesem Projekt zu tun gehabt. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, die Werkbank kostet 100 Euro. Das stimmt auch. Ich habe es für Holz, habe ich 80 Euro bezahlt. Für die Schrauben drei oder vier. Für den Leim kann man sagen fünf Euro. Das heißt, diese ganze Werkbank könnt ihr nachbauen unter 100 Euro. Und die Alu-Platte, die könnt ihr alternativ mit draufsetzen. Natürlich kostet eine Alu-Platte wahrscheinlich 50, 60 Euro. Und dann, was ich noch so ein bisschen komisch fand, der Tisch hat ja gekippelt anfangs. Und da meinten viele, danach hat er nicht mehr gekippelt. Da meinten viele, ja, warum hast du nicht gezeigt, wie du das Kippel beseitigt hast? Ähm, Jungs, der Tisch hat gekippelt, ja. Aber weil der Boden, weil die Fliese irgendwie schief war oder was weiß ich. Ich habe den Tisch nahe hin platziert und dann hat er nicht gekippelt. Was soll ich denn da großartig zeigen, dass das nicht kippelt oder was weiß ich. So, ich habe aber diesen Tisch jetzt, der war Höhe 99 Zentimeter. Das finde ich einfach zu groß, wenn ich an einem Schraubstock arbeite. Ihr müsst bedenken, 99 plus Schraubstock. Dann bin ich ja irgendwann hier. Und wenn ich mit einer Pfeile arbeiten will, das ist einfach definitiv zu hoch. Ich habe den jetzt einfach auf 80 Zentimeter gekürzt, äh, tiefer gelegt. Also 10 Zentimeter weniger oder 9. Und das ist jetzt einfach, deshalb auch die Aluminiumplatte, das ist jetzt einfach hier so meine Metallecke, wo ich mal Metall was abflexe, wo ich vielleicht mal was schnell zusammenschweißen kann, wo jetzt einfach nicht so viele brennbare Stoffe rumliegen. Okay, hier ist ein Karton, der kommt dir nicht weg. Dann habe ich hier meine kleine Kapstation hingestellt, ne. Das will ich einfach hier platzieren, damit ich, wenn ich mal irgendwie Metall zuschneiden muss, dass ich das ganz schnell hier machen kann und nicht immer nach draußen gehen muss, weil der Winter steht ja vor der Tür und irgendwann wird ja auch draußen Schnee liegen und dann werde ich wahrscheinlich gar nicht mal rausgehen, weil es viel zu kalt ist. Und ich habe ja diesen Platz, auch wenn jetzt hier alles vollgestellt ist mit Werkzeug, da werde ich auch demnächst alles unterbringen und sortieren. Ja, und den Tisch habe ich jetzt auch ein bisschen gekürzt, äh, diesen Tisch, diese Werkbank. Und mehr ist eigentlich gar nicht hier passiert, ne, in meiner Werkstatt. Also ich habe hier tausend Sachen rumliegen, wie immer 10.000 Projekte. Die Projekte gehen wirklich nie aus, aber, ähm, ja, ihr könnt einfach gespannt sein. Das werden richtig, richtig tolle Projekte, die jetzt kommen. So, das war es eigentlich gewesen von dem Vlog. Ich würde sagen, ich wünsche euch frohe, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal auf meinen Hauptkanal sehen. Es ist ja geplant, einen Stream, einen Stream zu machen. Ich möchte einen Livestream machen und der wird wahrscheinlich mit David sein und mit meiner Assistentin Sina und meiner Wenigkeit. Und wir werden uns wahrscheinlich dann am 28. dort live sehen. Das Ganze wird ziemlich, ziemlich spontan sein, weil ich, äh, wir werden das heute mal ganz grob testen. Und sonst machen wir einfach den Laptop an, zack, Mikrofon an, Kamera an. Dann quasseln wir einfach drauf los. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt euch das alles auf, schaltet ein. Und dann, also wird wahrscheinlich am 28. um 20 Uhr oder sowas sein. Ich denke, es ist ein Freitag, da werden alle zu Hause sein oder auch nicht. Keine Ahnung, eure Zeit haben zuzuschauen. Und das Ganze wird ziemlich spontan sein. Einfach so ein Test-Stream mal, ne. Und, äh, damit ihr mich mal live sehen könnt, wie ich dann agiere oder reagiere oder sonst irgendwas. Wenn ihr mir irgendwie Fragen stellt. Und, äh, ich bin gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Ob das überhaupt alles funktionieren wird. Weil so ein Stream ist ja immer live, ist immer so eine Sache, äh, von der Technik her, ne. Aber bei David bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Der hat schnelles Internet und, äh, da müsste eigentlich alles funktionieren. Ja, ich verabschiede mich hiermit von euch. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollen. Und ich denke, das wird ja auch dieser letzte Vlog gewesen sein von 2018. Es war ja wirklich eine tolle, tolle Zeit mit euch. 2018 haben wir wirklich eine Menge gerissen. Ich habe endlich mit meinem Hauptkanal die 100.000 Abonnenten geknackt. Und, äh, ja, ich bin, ich freue mich einfach auf die Zukunft mit euch gemeinsam. Und, äh, bis zum nächsten Jahr oder bis ins nächste Jahr 2019. Ciao. Ciao. Vielen Dank.